Schönen guten Morgen, Freunde des Loshuts. Ja, ich habe ja gesagt, kommt in den Hut. Hier ist der Hut, hier sind die Lose, beziehungsweise eure Namen. So, um was geht es überhaupt genau? Es geht um die Liebe des Malers. Ich hatte ja gesagt, wer Interesse daran hat, wer das gerne lesen möchte, soll mir einen Kommentar hinterlassen. Und wenn sich mehr als eine Person meldet, dann kommen die Namen in den Losehut und dann wird einer gezogen. Und ja, heute ist der 20.08.2018, das heißt also gestern um 24 Uhr ist das Interessebekunden abgelaufen. Ja, komischer Satz. Egal, auf jeden Fall. Heute ist Montag. Und nun wollen wir herausfinden, wer das Buch bekommt. Ich danke euch übrigens ganz recht herzlich für eure lieben Kommentare und fürs Interesse. Ja, für euer Interesse an dem Buch und dass ihr euch gemeldet habt und gesagt habt, ja, wir würden es gerne lesen. Und jetzt fangen wir mal an. Also, hier habe ich die vier Namen. Die kommen jetzt in den Hut. Eins, zwei, drei, vier. Dann wird der Hut geschüttelt. Ich habe mir übrigens eine Glücksfee organisiert. Ja, ich werde nicht selber ziehen, sondern ich lasse ziehen. So, und nun, liebe Glücksfee, walte deines Amtes und suche mir mal einen Namen heraus. Trommelwirbel oder so? Man weiß es nicht. Ich habe ein Gärtchen. Und das packe ich jetzt aus. Und es steht auf dem Kopf. Ich muss ein bisschen höher machen. Und das Buch geht an, ja, eigentlich nicht nur an eine Person, sondern an zwei. Aber es steht nur, also es ist nur ein Name in den... Es geht an Andy. So, liebe Andy, herzlichen Glückwunsch. Das Buch kommt zu dir. Ja, die Liebe des Malers kommt zu dir. Und ja, ich weiß ja, dass ihr beide das gerne gehabt hättet. Aber es ist nur ein Name in dem Lostopf gewandert. So, und nicht zwei. Aber im Grunde genommen kriegen wir jetzt also ein... Okay, das schaffe ich nochmal, ne? So. Andy? Herzlichen Glückwunsch. Du hast gewonnen. Nee, ist ja kein Gewinnspiel. Du hast das Buch. Also es kommt auf jeden Fall zu dir. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich für dich. Und ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich werdet ihr es dann wieder zu zweit lesen, ne? Oder auch nicht. Auf jeden Fall viel Spaß mit dem Buch. Das geht dann auf Reisen. Und ja, genau. Das war es eigentlich schon. Ja, heute mal Ratzeputz fertig. Schön. Ja, wie gesagt, ich freue mich wahnsinnig, dass ihr das Interesse bekundet habt und dass ihr mitgemacht habt, dass ihr gesagt habt, ja, hey, klar, nö, lass mich mal in den Loshut wandern. Und ja, danke schön. Ich bedanke mich und ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.